So, ganz kurzes Update Video. Was man im Hintergrund sieht, ist wie ich Spiel rumbastle und so das zum Laufen zu bringen. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert als ich erwartet, aus persönlichen Gründen. Das Problem ist, es sind neue Levels dazu gekommen, allerdings ist mir aufgefallen, dass die Speicherstände funktionieren nicht. Also man kann nicht speichern, was man schon hat, was nicht. Deswegen habe ich erstmal alle Level frei gemacht und save es aus, sodass dann erstmal jedes Level einfach gespielt werden kann. Das muss man dann noch mal bei Gelegenheiten schauen, wo das Problem liegt. Ja, das war es eigentlich auch schon. Also, wir brauchen mehr Level, dass alle jetzt frei sind und das Speichern vom Spielstand nicht funktioniert. Gibt es eigentlich sonst nichts. Was machst du als nächstes? Na, als nächstes. Heute werde ich auf jeden Fall bei meinem anderen Spiel schauen, wo der Fehler liegt. Und ich werde dann mal bei Gelegenheit schauen, dass ich noch ein paar Level hinzufüge. Und ja, wenn ich dann diese Spielstände noch korrigiere. So, das war es dann aber auch schön. Gut. Ich hoffe, ihr habt nichts vergessen.